Bro, wo bin ich hier und wo ist die nächste Mine? Ich frage für einen Freund. Das heutige Video wird unterstützt von Vampire the Masquerade Bloodhunt. Vampire the Masquerade Bloodhunt ist ein kostenloser Online-Shooter, welcher für den PC und die Playstation 5 erhältlich ist. Neuer Spielmodus im Sommer-Update. 8 gegen 8 Team Deathmatch, in dem jeweils 4 Duo-Teams in den Arenen verteilt über die Braga-Karte, ohne nervige Wartezeit gegeneinander antreten. Auch gibt es den Sommer-Pass. Der Sommer-Pass ist ein günstiger Battle-Pass mit 100 Gegenständen, der sich super easy auch mit geringer Spielzeit im Sommer freispielen lässt. Des Weiteren gibt es ein neues Content-Creator-Programm. Sharkmob hat ein neues Content-Creator-Programm ins Leben gerufen, für welches du dich ganz einfach auf deren Webseite bewerben kannst. Mit dem Programm erhältst du Zugang zu den exklusiven digitalen und physischen Gegenständen, außerdem Zugang zu einem speziellen Bereich im Discord. Und apropos Discord, im Blatthand-Disco hast du rund um die Uhr einen direkten Draht zur Sharkmob-Crew. Außerdem gibt es Story-Channels und Feedback-Channels und vieles, vieles mehr. Gamepad-Verbesserungen. Du liegst lieber zu Hause gemütlich auf der Couch und willst mit dem Gamepad ballern? Für alle, die lieber mit dem Gamepad spielen, wurden weitere Möglichkeiten geschaffen, die Steuerung am Gamepad frei einzupassen. Du hast Lust auf Blatthand bekommen? Mehr Infos und wie du es dir kostenlos holen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Bro, what the fuck, dude? I suck at this game. Man vergesst, ich muss Milch trinken. Milch mach müde, PMC munter. PMC lacklose intolerant ist. Warte, ich hab letztens gesehen, es gibt so Gluten-Spürhunde, Alter. Richtig krank, Alter. So Hardcore-Gluten-Intolerante. Da riecht der Hund dann an dem Essen. Und dann stupst er die Person halt an, die den Hund führt. Wenn die das essen kann. Also wenn kein Gluten drin ist. Oh, der Hund riecht einfach Gluten aus. Aus dem Essen raus, Mann. Die Menschheit ist heute so da, hier. Hä, was, wieso, wegen Gluten oder was? Ja, es gibt Leute, die haben Zöliakie, wa? Und Zöliakie ist jetzt gar kein so ein großer Witz. Also wenn du Zöliakie hast, solltest du kein Gluten essen. Da kriegst du Magengeschwüre bis hin zu Krebs, keine Ahnung, was aller. Da geht richtig die Party ab. Das ist nicht nur einfach ein bisschen purzen oder so. Sondern das ist richtig, richtig krank sein, Alter. War früher alles gegessen, hat keinen gejuckt? Ja, gut, aber früher hast du ja auch deine Uhr mit Uran-Dingens hier. Wie heißt der nochmal, Alter? Mit Uran beleuchtet, Alter. Und es hat auch keinen interessiert, dass jeder ein bisschen Uran auf seinem Nachtkästchen stehen hatte. Ja, würdest du heute auch nicht mehr machen, oder? Ah, die Menschheit heutzutage, Alter. Hat nicht mal mehr ein bisschen Uran auf seinem Nachtkästchen stehen. Ja, oder Trinkwasser aus Bleirohren. Das ist dann mit... Oh, ey. Das könnte 125 Meter Headshot Shooter Born in Heaven airdrop werden. Oh, ist aber schon ein bisschen weit weg, wa? Ach, drop die scheiß Kiste doch nicht hinter dem Wald, Mann. Das Ja, das meine Halst Tree hat euch gehört. Weil, dass diese Heutz da geschlüsselt sind, oder? Okay. Oh, bro, what up? Yo, dude, how you doing? Okay. Warum steht da vor mir, Alter? Hat er hier gerade frisch hier gespawnt oder was? Milch. Keine Milch. Ja, da auch in den Tower an den da looten. Weiß nicht, wie gut ich mich da drüber... ...blühen soll. Nicht so gut, glaub ich. Warum genau Milch? Ich muss, äh, Skeps über Dingens töten hier. Wie heißt's? Ähm, ich muss Skeps über... ...mit Milch, äh, mit Dingens töten. Mit einem Stim-Effekt für die Quest. Junkie! Eigentlich einen sehr guten Spawn. Und es ist auch mein Stim-Effekt ausgelaufen. Also unsere Skep-Quest jetzt zählen nicht mehr für Junkie. ... 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 bis auf Factory und Labs für dich. Let's go. Schnelle Runde. Wichtige Sache ist halt, dass du überlebst, aber mittlerweile kannst du wirklich auf jeder Map sehr gut Geld verdienen. Man scheint mal die Peacekeeper Quest 2. Eigentlich könntest du die schon lange haben. Du musst bei Skia durchquesten. Jan Herons. Du musst bei Skia durchquesten, müsste du die Quest A Friend from the West bekommst. Mit der Quest A Friend from the West schaltest du Peacekeeper Quest 2. So, wo bin ich jetzt hier schon wieder, Alter? Ist vorbei mit den geilen Spawns, wa? Shit. Got him. Aber so Sturmbahn-technisch sieht es nicht so geil aus, wa? Geil, Alter. Rangefinder. Lovin' it. Lovin' it. Geil, Alter. Ein Marker. Lovin' it. Throw, Motherfucker. Why you do this? To me. I'm friendly, Pimsy. I am friendly, Pimsy. Sollen wir jetzt langsam mal ankommen da unten? Ja, drehen. Schön. Ja, weiter drehen. Ja, sehr schön. Oi, oi, oi. Es wird noch was. Ja, schön. Und ab geht's. Zack. Eine Runde geht noch. Dabei sein. Ab geht's dabei sein. Nochmal eine Runde. Werd's dein Ernst, oder was? Oder was? Was ein Hohen, oder? Was ein Hohen, oder? Was ein Hohen, oder? Bis zum nächsten Mal.